Da war ich sechs Jahre durch meine Eltern eigentlich, die haben das Hobby mäßig gespielt. Und dann bin ich einfach immer mitgekommen und mir hat total Spaß gemacht und bin da so reingerutscht. Ja, ich möchte konstant in den Top 20 sein, ich möchte eine Medaille mal bei Europameisterschaften holen und mit der Bundesliga auch einen guten Platz belegen. Untertitelung des ZDF, 2020